Streaming, Streaming, Streaming. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und dieses Wochenende werde ich nicht streamen, aber nächstes Wochenende, nächstes wird richtig geil. Glaubt mir, da habe ich eine richtig coole Aktion für euch geplant. Ich hoffe, das alles klappt. Wenn nicht, sage ich es kurzfristig vorher ab. Aber nächste Woche, Samstag um 21 Uhr werde ich streamen, am Sonntag um 15 Uhr und wahrscheinlich dann auch nochmal am Sonntag um 21 Uhr. Also nächste Woche volles Programm, aber diese Woche erstmal nicht. Heute habe ich keine Zeit, weil ich was anderes machen will. Und morgen schaue ich einen anderen Stream und da habe ich ein klitzekleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Ganz einfach, ich schaue morgen um 15 Uhr, also am 31.01.2021 den Stream von der RPG-Community. Streamer ist da der Dark D, das müsste irgendwo stehen, bei Info. So, ist der Dark D, richtig cooler Typ, ähm, wirklich richtig cooler Typ, ähm, voll dufte. Und den gucke ich mir morgen um 15 Uhr an und lasse das nebenbei ein bisschen laufen dann, während ich ein bisschen mit einem G-Maker arbeite oder so, oder ein bisschen in JavaScript mich beschäftige, egal. So, und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch hinkommt und euch diesen Stream anguckt. Und, wenn ihr dem Kanal hier folgt, wenn ihr einfach mal auf Follow drückt, hier auf das Herzchen, ähm, das fände ich richtig cool, wenn wir aus 39 Followern, sagen wir mal, 50 Follower machen könnten. Das wäre richtig geil, also mindestens 50 Follower, will ich sehen, mindestens 50 Follower. Ihr kriegt dafür auch eine kleine Belohnung, ähm, aber nichts Besonderes. Ich würde, ähm, ähm, dann ein Tutorial-Video im Laufe der nächsten Woche hochladen, ansonsten würde ich es dann eine Woche später hochladen, weil ich bin noch in den Vorbereitungen, aber dann würde ich mich ein bisschen mehr anstrengen und die Vorbereitungen etwas beschleunigen und es dann schon nächste Woche hochladen, also im Laufe der nächsten Woche und nicht erst eine Woche später. Also, das ist doch schon mal ein Anreiz. Und, ich kriege, ich gebe euch noch einen Anreiz. Ich gebe euch noch, oder einem von euch, noch einen Steam-Gutschein. Yay! Aber was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr schaltet hier in den Stream, morgen um 15 Uhr, schaltet ihr rein und dann wartet ihr, bis der, ähm, Startscreen durchgelaufen ist. Ähm, der sieht ungefähr so aus, der Startscreen. Und wenn er durchgelaufen ist, das dauert dann 15 Minuten scheinbar, aber, keine Ahnung, vielleicht auch länger oder weniger lange, so 15 Minuten. So, das sind 18 Minuten, egal. Und wir dann in diesem Bildschirm sind ungefähr, oder in diesem Bildschirm hier, ähm, wo dann ein Spiel zu sehen ist, keine Ahnung. Ähm, wenn wir irgendwo innerhalb, äh, außerhalb des Startbildschirms sind, des Startscreens, so, na komm, Twitch ist komisch. Egal. So, wenn, also, wenn wir den Startbildschirm über, also geschafft haben, gebe ich euch 5 Minuten Zeit, 5 Minuten, in denen ihr in den Chat etwas reinschreibt. Und zwar, addet ihr mich, add, ähm, Don Fischer, heiße ich dort, Fischer, wow. Ähm, und dann schreibt ihr dort eine coole Nachricht rein. Don, Leerzeichen, Gang, Leerzeichen, 4, ever, und dann Ausrufezeichen. Also, einfach, ähm, add Don Fischer, Don Gang, forever. Cool, oder? Ja, ich heiße, äh, Don Fischer auf Twitch. Da, Don Fischer, da steht's. Wow, richtig cool, oder? Ähm, und das schreibt ihr dann so rein. Und jeder, der das reinschreibt, kommt dann bei mir auf dem Computer auf so eine coole Liste. Die werde ich dann weiter dann füllen. Ich gebe euch dafür 5 Minuten Zeit. Also, sobald der Startscreen, ähm, nicht mehr eingeblendet ist, sondern es losgeht, also der Stream richtig losgeht, gebe ich euch 5 Minuten Zeit, ähm, diese Nachricht hier reinzuschreiben. Und dann schreibe ich mir alle eure Namen auf, die das gemacht haben. Weil dann weiß ich nämlich, dass die von mir kommen, von meinem YouTube-Kanal. Und da freue ich mich dann auch sehr. Und da werde ich euch dann anflüstern, einen von euch. Den werde ich per Zufall auswählen. Und der bekommt von mir dann ein Steam-Gutschein im Wert von 5 Euro. Das ist nicht viel Geld, aber 5 Euro haben oder nicht haben. Und ihr müsst nichts weiter tun, als morgen den Stream anschalten und diese Nachricht hier eingeben. Das ist nicht so schwer. Also, das kriegen wir ja wohl hin in den ersten 5 Minuten. Ähm, und es wäre cool, wenn ihr auch den ganzen Stream guckt. Und danke fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer. Morgen um 15 Uhr. Ähm, Link ist in der Videobeschreibung. Auf Twitch. Und nächste Woche auf meinem YouTube-Kanal. Volles Programm. Wirklich, das wird mega cool. Wir werden das ganze Wochenende durchstreamen. Was richtig cooles spielen. Ähm, und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr mitmacht. Ein bisschen mitspielt. Also, das ist kein Multiplayer-Game, aber wenn ihr das Spiel auch runterladet. Und dann einfach so quasi wie alle gleichzeitig spielen, mehr oder weniger. Und unsere Erlebnisse dann über den Chat vielleicht ein bisschen teilen und so. Das wäre cool. Aber dazu dann später mehr. Soll nicht Thema dieses Videos sein. Dieses Video drehte sich eher um. Den Twitch-Kanal von der RPG-Maker-Community. Beziehungsweise RPG-Maker-MV.de. Ein Forum, da könnt ihr euch auch gerne anmelden. Würde ich mich freuen. Da bin ich auch. So, tschüsseli. Und diesmal wirklich. Also, tschüss. Und diesmal wirklich.